Der Max von Musikmachen.de für euch auf der Frankfurter Musikmesse 2014 und wir sind gerade im Hause Tube Ampt Doctor und ihr macht den Vertrieb für die großen, coolen Mojo-Pickups. Also so groß sind sie nicht, aber es ist ein großer Name auf jeden Fall. Und neben mir steht der Stefan und er kann euch noch mal ein bisschen detailgenaue Sachen dazu erklären. Die Mojo-Tone-Pickups werden in den USA von Hand hergestellt mit authentischen Materialien und bieten eine breite Palette für Strattele, Les Paul, Jazzmaster und auch andere Typen in verschiedenen Ausführungen an. Sehen sehr schick aus, hier gerade die mit dem Chrom da hinten. Jetzt gerade sehen wir die Single Coils und die hier, die Hambucker mit dem Chrom. Super geil. Oder ist das auch ein Single Coil? Nein, das ist ein Hambucker. Hambucker, ne? Ein typischer PAF, also so wie er früher in Gipsen verwendet wurde, also mit authentischen Materialien und auch da gibt es unterschiedliche Ausführungen, aber mit diesem typischen süßlichen PAF-Ton. Wahrscheinlich auch ein super Sound. Die sind bei euch erhältlich. Kannst du mir ungefähre Preise nennen? Der Hambucker kostet ungefähr 120 Euro. Ein Strat-Set kostet glaube ich 250 Euro, aber da bin ich ehrlich gesagt gerade ein bisschen überfragt. Sind auch ganz neu bei uns im Sortiment. Also haben wir erst vor kurzem mit in unser Lieferprogramm aufgenommen. Nicht schlecht. Vielen Dank, Stefan. Wir sind raus und gute Messe noch, ne? Ich bedanke mich auch, ja. Ciao. 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 Ciao.